Vielen Dank an die Firma Sicherstadt, die mir das hier vorgestellte Produkt für dieses Review kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Hi, ich bin Sacki und heute habe ich mal wieder was für den Bereich Outdoor-Küche für euch und zwar die wohl günstigste Möglichkeit draußen mit Gas kochen zu können. Ich habe schon eine ganze Menge Gaskocher und Zubehör vorgestellt und draußen, also im Outdoor-Bereich, verwendet man in der Hauptsache entweder solche Schraubgaskartuschen mit entsprechenden Brennern, die dann einfach hier oben aufgeschraubt werden oder solche Bajonett-Kartuschen. Dafür brauchen wir dann ebenfalls auch wieder die passenden Brenner, die werden aufgesteckt und festgeklippt und hier hat man noch die Möglichkeit mit einem entsprechenden Adapter zu arbeiten. Der würde dann anstelle dieses Brenners hier aufgeschraubt werden und dann habe ich hier auch wieder die Möglichkeit einen ganz normalen Schraubbrenner aufzusetzen. Es gibt aber noch eine dritte Kartuschen, Art und das ist die sogenannte Stechkartusche, diese hier. Diese Kartuschen hier haben zwei besondere Vorteile. Zum einen sind sie nahezu weltweit zu beziehen, das kann man von den anderen beiden Systemen definitiv nicht sagen. Man findet sie dann in gut sortierten Supermärkten, an Tankstellen, in Baumärkten und so weiter. Und zum zweiten sind sie viel viel günstiger als Schraubkartuschen oder Bajonettkartuschen. Mit diesen Dingern hier kann man also richtig viel Geld sparen. Da die Stechkartuschen aber keinerlei Anschluss oder Ventil besitzen, braucht man hier auch einen ganz speziellen Brenner, nämlich einen mit einem Metalldorn, der dann hier durch den Mantel genau in der Mitte durchgetrieben wird. Und genau so einen möchte ich euch heute vorstellen und zwar den Camping 206 S von Campingas. Ich halte hier jetzt mal den Aufschraubbrenner von eben gerade daneben und dann wird ganz schnell klar, was der Nachteil eines solchen Systems hier ist, nämlich die Größe. Da die Kartusche ja durchstochen wird und dann fest mit dem Brenner verbunden sein muss, ist solch ein System hier natürlich deutlich größer und nimmt im Gepäck auch mehr Platz weg. Ich habe hier die ungefähren Maße von 19 cm in der Höhe, 13 cm hier oben im Durchmesser und etwa 12 cm hier unten. Das ist natürlich Platz im Rucksack, den man mehr einrechnen muss. Dafür bekommt man hier aber recht günstig einen vollwertigen Brenner, der dann auch noch die günstigste Kartuschenart verwendet, die man nahezu überall beziehen kann. Und deswegen ist der Camping 206 S von Campingas auch sehr beliebt bei Einsteigern, bei Campern, bei Anglern, bei Legern und so weiter. Das Gesamtsystem wiegt etwa 290 Gramm ohne eingesetzte Kartusche und besteht aus der Kartuschenglocke und dem Deckelteil mit fest angebrachten Brenner und die vier Topfträger, die sind aus Edelstahl gefertigt. Zum Aufschrauben drückt man hier diesen Sicherungsknopf ein und dann können die beiden Teile auseinandergeschraubt werden. Hier unten wird jetzt die Kartusche eingesetzt und durch einen leichten Druck von oben in die Halteklauen am Sockelboden eingeklickt. Bevor ich den Brenner jetzt aber wieder aufschraube, schauen wir mal kurz von unten hinein und hier sieht man jetzt das schwarze Dichtungsgummi, das später genau hier in der Vertiefung der Kartusche sitzt. Und dieser Teil hier, der wird beim Aufschrauben langsam eingedrückt und dann kommt da der Metalldorn zum Vorschein und der sticht dann eben hier hinein. Also es wird ein Loch in die Gaskartusche eingestochen und Gas strömt nur nicht aus, weil man eben hier diesen schwarzen Gummi hat, der das Loch rundherum abdichtet. Das mache ich dann jetzt auch und zuvor sollte man immer drei Dinge kontrollieren. Erstens ist das Ventil hier komplett zugedreht, damit nicht gleich Gas austritt. Zweitens ist das Gummi noch vorhanden. Nicht, dass es mal verloren gegangen ist, denn ansonsten würde das Ganze nicht abdichten. Und drittens darf in diesem Zustand der Dorn noch nicht herausstehen. Dann einfach aufsetzen, festschrauben und fertig. Und schon ist der Brenner einsatzbereit. Ich werde jetzt mal 500 Milliliter kaltes Wasser aufsetzen und wir schauen mal, wie lange wir brauchen, bis die kochen. Die Leistung ist übrigens mit 1250 Watt angegeben. Es handelt sich hier also nicht um einen Hochleistungsbrenner, aber für einfache Verhältnisse ist das vollkommen ausreichend, um sich ab und zu was heiß zu machen oder Wasser abzukochen. Der Verbrauch soll so bei 90 Gramm pro Stunde liegen. Hier auf meinem Tisch steht der 206 S ganz gut. Draußen in der Natur wird das natürlich je nach Untergrund etwas wackeliger sein und er ist ja auch recht hoch, so dass man beim Kochen schon ein bisschen aufpassen muss, wenn man etwas umrührt. Zu große Gefäße sollte man jetzt auch nicht verwenden, aber wie man hier sieht, da ist insgesamt schon einiges möglich. Na wunderbar, das war doch ein vernünftiges Ergebnis. Ja, im Anschluss lässt man den Brenner einfach wieder abkühlen und dann wird er wieder weggestellt oder in den Rucksack gesteckt. Was bei solchen Systemen häufig als Nachteil angegeben wird, ist, dass man die Kartusche nicht entfernen kann. Denn da ist ja schließlich ein Loch drin, also müssen Kartusche und Brenner fest miteinander verbunden bleiben, denn ansonsten würde das Gas entweichen. Das sehe ich persönlich nicht als großen Nachteil, gerade nicht bei solch einem System hier. Denn was würde es mir bringen, wenn ich hier die Kartusche entferne? Der Brenner wäre trotzdem genauso groß. Als weiterer Nachteil liest man sehr häufig, dass die Gummidichtung nicht zu 100 Prozent abschließen würde. Also Gas würde über lange Zeit der Lagerung entweichen, langsam aber sicher entweichen und man verliert eine ganze Menge Gas. Dagegen sprechen allerdings eine ganze Menge Erfahrungen verschiedener User, die eine solche Gaskartusche, also ein solches System mit eingesetzter Gaskartusche über Wochen, über Monate gelagert haben und keinen wirklich spürbaren Verlust an Gas feststellen konnten. Ja, das war der Camping 206 S von Campingas. Ein schöner, einfacher Kocher, an dem nicht viel kaputt gehen kann und für den man einfach und günstig an Ersatzkartuschen kommt. Ihr findet ihn im Notvorsorgeshop SicherStadt unter der Webadresse www.sicher-stadt.de Macht's gut! Vielen Dank an die Firma SicherStadt, die mir das hier vorgestellte Produkt für dieses Review kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Schau auch auf meinem Hauptkanal vorbei. Da kannst du mich auf meinen Outdoor-Erlebnissen begleiten, findest zahlreiche Videos zu den Themenbereichen Survival, Bushcraft und Trekking sowie zu zahlreichen anderen Outdoor-Aktivitäten.